Wir müssen einen Weg räumen Ja, soll ich jetzt gegen die Rasa kämpfen oder was? Macht das jetzt irgendeinen Schaden? Okay, ich muss den scheiß Schädel da wegpusten Halt doch still, Junge! Mache ich dir jetzt überhaupt einen Schaden? Okay, ich sehe nichts Nur weil ich die scheiß Kamera nicht bewegen kann, ey Was hat mir der, der die ganze Zeit an den Klingen rumdödelt? Wo sind die hin? Er hat doch keine Ahnung, was ich machen soll Ich muss hier lang? Nein Ja genau, Boron, stell ich dir hier direkt im Wege Okay, anscheinend habe ich getroffen Was für ein Bullshit Oh, ich hasse sowas Keine Ahnung, wo ich Oh Okay Okay Okay, ich muss hier lang Ich würde mich gar nicht mit denen aufhalten dürfen hier im Endeffekt, okay Ah, cool Okay Ach du scheiße Ach du scheiße Ah, der Arrow Kamal, normal Schille Sache Besiegte Feinde 23 Ich brum nur als... Ha! Brum, du Loser. Versteckte Zeit gefunden, kein. Brum hat irgendwann ein altes Schwert gegeben. Deine Angriffe sind jetzt kräftiger. Weil ich ein altes Schwert bekommen habe, finde ich jetzt noch stärker. Docks von Darede. Ich sehe schon, wo wir lang müssen. Ach du Scheiße. Der wiederholt mich immer. Wenn ich das Spiel jetzt in einem Rutsch... In einem Rutsch durchspielen kann, ne? Dann leckst du mir im Arsch, Alter. Aragorn nannte den Drachen Saphira. Den Augen nach, die wie leuchtende Saphire strahlten. Auf der langen Reise zur Zuflucht der Wärden lehrte Brum Eragon, was es heißt, ein Drachenreiter zu sein. In Darede machten sie Halt, um Vorräte zu besorgen. Wer hätte ahnen können, dass die Häscher des Königs schon warten können. Eigentlich so absolut jedes Arschloch auf diesen verdammten Gott bescheuerten Planeten. Okay, was soll ich denn machen? Deine Mutter abschauen! Ah, das ist cool, man kann jetzt auch noch andere Rüstungen und so einen Scheiß freischalten. Du auch. Okay, gut, wir verziehen uns dann doch lieber mal in diese Richtung. Jump! Ah, das war sogar richtig! Meine Punkte! Los, weiter! 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 Und durch da! Gut, dass die Kamera so wunderbar funktioniert. Ist halt ein Neger hier! Hör mal! Hör mal einfach drauf! Bam, bam und bam! Oh, habt ihr das gesehen von Brum? Das war ja wohl mehr als göttlich. Was sagen ich, wenn Brum jetzt den Punkt geklaut hat, ne? Boah. Nein, es kriegt einen Roundhouse-Kick in die Fresse, Alter. Okay, das war kein Roundhouse-Kick. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Was, ist das nicht A, B, A? Deine Mutter! Bam, das war einfach ein Roundhouse-Kick. B, A, B! Okay, weiter geht's. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Jetzt? Ich bin fast down. Sie kriegt denn hier Leben. Vor allem muss ich hin. So, war ich doch schon gerade. Tja. Au! Nett. Eine Gabe aller Drachen, Alter. Aber wie? Konzentrier dich. Schnell, die Schützen. Nennen die leuchtenden Anzeige siehst. Drücke und halte LT, um mit deiner Magie zu zielen. Drücke und halte anschließend A, um sie auszuladen und zu aktivieren. Weiter mit A. Ja, immer weiter so. Yeah. Swing. Du kannst deine Magie auch auf andere Objekte in der Welt anwenden. Ziele auf den Kran, drücke A und halte anschließend A, um ihn zu bewegen. Weiter mit A. Bewegt euch! Jürtad. Fick you! Oh, das ist jetzt ein bisschen doof hier. Swing, bitch. Fick you! Oh, ich hab Leben bekommen. Reiser! Hö! Joda! Reiser! Hö! So, ich freu mich, was ich eigentlich mal da vierer spielen darf. So, komm her! Äh, da kenn ich, da kenn ich nix. Nein, ich bin fast tot. Verteidige dich! Verteidige dich! Verteidige dich! Verteidige dich! Ausweichen! Ausweichen! Aua! Aua! Reiser! Boom! Reiser! Come on, live! Das live! You gotta live your life! Äh, 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 äh. Weiter. Nutzt noch mal Magie! Nutzt noch mal Magie! Jürta! Boah! Kann ich denn nicht hier wechseln? Zielmäßig? Bis hier hinten hin, ne? Naja, gut. Und da hin! Oder auch nicht! Und da hin! Halt, ein Pfeil sollte ausreichen. Was zur Hölle? Ich bin da und er sagt, ich will ne Magie an.